Geilt mir mal, dass ich einmal ne Runde aufgewinne. Das hat ja niemand kritisiert. Verrat es! Verrat! Das muss man anerkennen. Verrat es! Verrat es! Du kannst gar nicht sagen. Warum? Unschuldig! Unschuldig! Ihr habt schon gewusst, bevor es angezeigt hat, ihr cheatet! Natürlich! Cheatet mit Doppel-SCH! Cheatet! Oh, ich hab den Hebel aktiviert und geh wieder zurück zu den Runden. Das hat dann gar nichts zu tun. Gar nicht. Koli! Also er fährt in den ersten Gang überm Hauptraum und säuft. Er hat Durst. Normalerweise hat er Hunger, wenn wir zocken, aber gegessen hat er halt schon. Ah ok, mach ich nur Koli. Er ist wieder aufgestattet. Weil außer mir wieder keiner gewesen ist. Securing the area! Ja, aber ich vertraue dir halt auch nicht. Also Koli sch... Naja, ich wollt grad sagen, Koli schießt auf mich, aber entweder ist er fürständlich schlecht oder er will gerade nicht treffen. Weil das war ja wohl der Körper. Weiß nicht, was das gerade war. Doch ich glaub, einmal will ich nicht treffen. Einmal musst du getroffen haben, mir fehlt ein bisschen Leben. Aber... Da ist er! Ich vertraue dir jetzt mal. Pippin? Ja? Timo, einer von euch doch hier. Ich komme, ich komme. Da ist ne Tür, die geht nicht auf wahrscheinlich. Nice. Ich hab gewotet. Timo hat sich gedrückt. Just saying. Also... Die Tür, die geht nicht auf. Er kommt her. Direkt... Er fühlt sich direkt ertappt, ist entrüstet. Jajaja, man merkt das schon. Mhm. Da war was drin. Hahaha. Hör auf. Selten so... Selten so was Ruseliges erlebt. Hans macht die Tür auf und es kommt ein Timo durch. Das ist wie das Monster im Schrank. War das? War das? War das? Hör auf die... War hier nicht grad eben? Er zieht sich mit den Taschennamen grad auf mich? Ja. Aber warum leuchtet dein Cash? Hä? Wieso leuchte ich? Ja, keine Ahnung. Wir sind doch gar nicht hier. Ja, wer ist denn das? Was ist denn Martin? Hä? Ich dachte grad, ach du Scheiße, ey. Jetzt leuchte ich. Hört uns nicht rum. Ich auch. Ich renne da grad hin. Ich hab auch eine. Ich bin da. Ach welch. Ich hab eine eingesetzt. Ja, da wollte ich nicht hin. Aber du hast gesehen, dass ich ihn eingesetzt hab. Da wollte ich aber auch hin. Was? Wow. Alle müssen wieder rumdrehen. War Cash ihre egoistische Sicherung hergepläst. Ach ja, komm. Wer ist denn jetzt grad nicht mit uns hier vier? Pippin ist bei mir gerade. Ach, Pippin ist hier. Ach, Pippin ist hier. Es sind alle hier. Denn Kohli haben rausgeboten und der Rest ist hier. Ja, aber einer ist ja noch schuldig. Ach so. Einer von uns ist scheiße, aber traut sich nicht. Kann natürlich auch sein, dass ähm, derjenige, der sich nicht traut, sich nicht trauen kann, weil er grade aufgrund von Beobachtung nicht dazu kommt, Blut zu trinken. Und du so? Und du so. Mir geht's nice. Du bist Verräter, aber dafür kannst du nix. Mach das jemand auf. Oh ja. Ja ja ja. Ey, ich hab's gerade gemacht. Ey, Pippin, cool. Ja. Mach den Löffel weg. Und ich springe. Der Timo ist unschuldig. Wir können ihm trauen. So traurig. Ich hab ne Taschenlampe. Timo ist unschuldig. Ja, ich halt mich jetzt an Timolein. 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 Ich lass dich jetzt nicht mehr allein. Timolein. Oh, ich hab nen Peilsender, Leute. I like the Spanish Guy. Wem glauben wir denn am wenigsten? Ich darf jetzt mal über hier Fall nehmen. Da muss ja irgendjemand gleich von uns nicht mehr rauskommen. Irgendwie glaubst du, dass der Pippin ist. Ja. Was? Ich weiß auch nicht warum. Sorry. Aber irgendwie hab ich so'n Gefühl. Warum? Weil er noch nicht gegessen wurde. Das spür macht das ja erst im Augenblick. Totfell oder was? Kommt, ne. Ey, wenn ich jetzt hier durch die Falle laufe, dann wissen wir, dass ich nicht bin. Kommt, wir sind jetzt hier auf die Sessel. Das funktioniert, glaub ich, nur nachts. Ja. Wir setzen uns jetzt hier auf die Sessel und warten. Ich hab... Ja, ich hab hier... Ihr seht es doch dann. Ich lauf jetzt durch, ja? Nein, das geht nur, wenn du Monster bist. Ja. Wandel nicht mal. Ja, okay. Ich dachte, ihr wisst es dann auch so. Wir müssen aber Sicherung finden. Ja, ich hab mal direkt über uns. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Die waren direkt neben euch. Ja, komm. Ich geh mit Cash mit. Ja, danke. Mal lebe jetzt mit mir mit. Wo bist du hin? Hier. Sicherung. Ich hab eingesetzt. Da hinten. Beim Henne. Hä? Wieso beim Henne? Der Henne ist bei mir. Der Henne ist bei euch. Von mir. No, no, no. Hier war einer vom Rollstuhl. Ah, Mann. Ah, Bibi. Ich hab Angst vor Bibi. Wer ist denn? Was denn? Wie du vor mir Cash? Henne, wo bist du? Ey, Henne, wenn du... Wenn du... Ich hab Maddie verloren. Ich bin hinter dir. Ich für euch. Ich bin da. Ich bin da. Volk einfach. Ey Henne, wenn du es jetzt bist, dann hab ich meinen ganzen Vertrauen verloren. Wenn ich es jetzt wäre, würde ich mich selber empfangen. Nur um dein Vertrauen zu erhalten. Ohhhh. Der ist halt bei mir. Ich bin jetzt einfach. Zack. Pickenspawn. Timo, ich bleib auch bei dir, weil wir wissen, dass du unschuldig bist. Ja, ich würde auch gern beim Timo bleiben, ehrlich gesagt. Toll, wir bleiben alle beim Timo. Dann hat aber immer noch irgendwie einer hier Dreck am Stecken. Ja, aber der hat dann keine Chance. Ich bleib auch bei dir, aber kein Problem. Nein, jetzt bin ich alleine mit denen. Hier. Gruppe. Gruppe. Das ist die spanische Reisegruppe. Henne fehlt übrigens nebenbei. Ja, ich guck grad ne Gegend im Spritzel hier. Gruppe. Gruppe. Wo seid ihr denn? Ich komme gerne dazu. Ich waffe einfach an für Gruppenbildung. Da seid ihr. Hallo. Henne. Ja. Gut, Timo, du kannst schießen. Ich bleib immer noch bei dir. Irgendwie... Ich weiß ja nicht, was das hier soll. Oh ne, wenn sich jetzt einer in uns bewandelt. In uns. Das ist ja ekelhaft. Okay, Timo hat eine Sicherung. Denk Timo. Mit dir ein. Da. Oh, locker werd ich jetzt umgeslaggt. Ah! Da. Ich hab das gewusst. Das ist nicht gewusst. Das ist mich verdächtig. Ich... Ich... Ich hab gesagt. Ich dank dir. Ich hatte es geahnt, als sie jetzt alle weggelaufen hatten. Ich blieb allein zurück. Und der Pippin guckte mich so an. Da dachte ich... Scheiße. Irgendwie gut. Okay. Zum Ausgang. Zum Ausgang. Ich hatte leider nicht genug Muni. Ich hab ihm ordentlich verpasst. Aber dann war wie immer bei mir die Pistole leer. Ich mach auf. Er kommt! Nein! Schieß ihn weg! Schieß ihn doch weg! Ich hab ihn geblasht! Ja! Wo liegt der denn? Ja! Danke! Ja, die Runde! Sehr gut! Sauber! Sauber! Siehst du Cash? Ich wollte der Vertrauen nicht enttäuschen. Ja, aber gut. Ja, das war das... Ich hab aber gesagt, ich vertraue dem Pippi nicht. Hab ich ja alles... Hab ich gesagt. Herz für Hans, dass er mich gerettet hat. Dafür bin ich da, Berge. Mein Herz für... Ja, Alex, denkst du, die waren einfach zu früh tot. Da ging er dann... War jetzt dreimal hintereinander. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Alleine. Ja, gell! Aber das war halt echt! Weißt du, du bist da links in dem Flur ab vom Hauptraum. Ich bin hinter dir ab. Ich dachte... Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte, ich war alleine. Ich weiß nicht genau, wie das denn war. Ich glaub, ich war einfach tot, oder? Ich hab nämlich super viel losgeschossen. Piu, 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 piu. Also nur mit der Kamera. Mit der Kamera. Sogar mit Schalldämpfer? Ich hab den Mann getötet und... Mich hat's nochmal gezogen. Ah! Ja. Aber... Hä? Warst du dann tot? Nee, nee, nee. Der Hilde hat mich wiederbelebt. Ich hab'n Timo wiederbelebt. Oh, verdammt. Wir haben beide... Beide noch... Wir sind komplett rausgekommen. Wir sind komplett komplett rausgekommen. Wir sind komplett komplett rausgekommen. Wir sind komplett komplett rausgekommen. Ja, ich schritte es am Anfang immer so brutal schwer, äh... Blut zu trinken. Ja, es ist... Kohli kann dir bestimmt Tipp geben, wie man am schnellsten am Blut sein kann. Ich brauch meistens auch bis zur dritten Runde. Zwölfmal hintereinander unschuldig. Zwölfmal. Ja, bei mir. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist das jetzt bisschen höher der je. Das ist nicht so. Das Problem ist, Timo, dass wir jetzt auch beide dreimal hintereinander unschuldig waren. Das heißt, wir können jetzt nicht mal sagen, wie beim letzten Mal einer von beiden ist es immer. Das stimmt ja nicht mehr hier. Ich wollt grad sagen. Und Timo beschließt uns hier lang nicht mehr zusammen. Hans war's auch nicht. Timo, wann waren wir beide zum letzten Mal schuldig? Kohli. Ich bin Alex Kohli schuld. Ich bin unschuldig. Ich habe jetzt dreimal hintereinander infiziert. Oh, der Arme. Muss jetzt mal unschuldig sein. What's up? Ich sag's gleich. Dann glaub ich dir. Ne? Und sag wieder du. Wer steht da? Ich lese vor, was da steht. Unschuldig. Unschuldig. Also bei mir ist das. Genocent. Ey Timo, du sagst. Aber ich weiß halt nicht. Der Henne hat's auf englisch vorgelesen. Der Henne ist es. Jetzt so als deine Masche macht. Ich hab's auf englisch vorgelesen. Einfach um mal mitm Style zu reden. Weil wir immer auf englische Server sind. Hä, hat's das auf englisch eingestellt? Ne, hat er nicht. Deswegen hat er gelogen. Deswegen ist es Henne. Also bei mir steht, dass der Kohli infiziert ist. Wünsche ich es doch. Ja, also ich hab links zwei Namen in rot angezeigt. Das ist einmal der Kohli. Und einmal die Cash. Achso zum Tipp an die zwei Infizierten. Über ähm... Welche Taste war das B? Könnt ihr nur in einem Privatjet reden? Könnt ihr euch absprechen? Nein, das ist ne dumme Idee. Wer will denn? Ist das hier der Privatjet? Hallo, hallo, hallo! Hallo? Hallo? Ach ne, bei mir. Hier. Was? Auto! Scheiße! Auto! Hallo. Geil, neue Autobahn. Also ich vertrau dem Kohli. Ja. Ich vertrau den Liebe. Warte, warte. Ich hab auch ne Kamera. Oh, ich will auch... Papa Razzi! Na schön. Oh, das ist leer. Warte, warte, ist Papa Razzi! Papa Razzi! Und Mama Razzi! Und Baby Razzi! Eine ganze Razzi-Familie! Da unten steht's. Guck mal, Rückenrücker ist infiziert. Und unten steht's. Ja, gut, da kann man nichts machen. Wenn's raus ist. Wo ist er? Wo ist er? Hä, wie geht das? Ich hab das nicht gemacht. Der Spieler hat das gemacht. I can start this feeling. Hi. And I can fight this feeling anymore. Ich hab ne Sicherung. Ich hab ne Sicherung. Ich hab eine eingesetzt. Wer ist denn hier gerade? Meine Sau. Ich war... Du hast mir gerade die Sicherung vor der Nase weggenommen. Eine fehlt noch. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Beschützt mich! Beschützt Kechi! Beschützt! Aua! Helft dem Mann, der gerade bescheuert gegen die Wand gerannt ist. Hat Nasenbluten, man. Erkennt die daran. Der Döner, August? Ich lauf immer noch gegen die Wand. Okay. Es gibt übrigens noch einen Charakter mit Nasenbluten neben mir. Wie geht's nicht rein? Wie geht's nicht rein? Was? Ihr seid alle so überzeugt? So überzeugend? Und ich sterb jetzt deswegen. Ich bin doch extra im Überzeugenprogramm. Oh Gott sei Dank. Du bist infiziert. Oh mein Gott, Martin. Jetzt geh ich rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nobody ist unschuldig. Wer will geprüft werden? Kannst du mich testen? Kannst du mich testen? Ich schwöre, es war nicht gelogen. Ich schwöre, es war nicht gelogen. Gerade auf diese Wiederbelebungskratze. Kannst du mich testen? Kannst du mich testen? Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene meck und du bist weg. Nee doch nicht! Ich war's. Ich nehm den Teuerlöcher. Wer? Wer hat da gerade geschlossen? Das wollte ich machen. Poli ist diesmal unschuldig. Okay, ich war per Koli. Also entweder ist der Timo auch einer. Glaub ich nämlich ehrlich gesagt auch. Oder ich kann Timo vertrauen. Ich würd's normalerweise auch sagen. Aber der Timo ist es ja mittlerweile einfach prinzipiell gar nicht mehr. Also weiß es uns auch nicht mehr, was ich glauben soll. Das stimmt auch schon wieder. Wobei das dann doppelt bösartig wär, wenn das jetzt doch wieder wäre. In dem Moment, wo es das erste Mal wieder ist, kriegt er uns glaube ich alle ran. Auch wenn Sven weg? Das glaube ich auch. Vertrau dir nicht. Darum soll ich denn bei dir bleiben, wenn ich schuldig wär. Wer ist denn da getrackt und warum oder was oder wie oder? Hat er recht. Genau, da müsstest du aber jetzt spinnen. Dann könntest du direkt mich aufheifen. Macht ja keinen Sinn. Das ergibt, wenn dann keinen Sinn. Macht ja auch keinen Sinn. Wer ergibt denn wen jetzt? Welchen Sinn? Ich hab mir sicher... Oh Gott. Oh, das war das Rollstuhlding. Sorry. Das Rollstuhlding. Ich setz ein. Okay, es ist... Cody, wo ist es? Ich bin sicher hinter dir. Renn. Renn. Ich bin runtergefallen. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Hier oben. Klebe hoch. Wer liegt da? Irgendjemand. Liegt hier doch. Ich hole ihn. Wer liegt hier denn? Ja, natürlich. Ich hole ihn. Oh. Oh. Ich hab ne Spritze. Ich komm nicht raus. Ich komm auch nicht raus. Wo geht's raus? Beim Ausgang. Ich werde sterben. Kuli, wie kommen wir hier raus? Ich hab keine Ahnung. Der Ausgang. Hier hinten. Hier hinten. Ja. Oh Gott, ich werde sterben. Zu mir laufen. Zu mir laufen. Martin! Ja! Oh, das ist doch knapp. Ich bin gleich tot. Ja! Ja! Okay. Ich bin recht Millennium ist tritt. Wir haben uns gerade eben alle geholfen. Und ich befürchte, dass es jetzt nur noch –! Warte. Ist Pippin tot? Er leidte auf dem Boden. Ich konnte ihn nicht ohne ... Ja,cu es können eigentlich nur spissen. Ken und Rhythrika. Wieso倒iert denn jetzt? Warte, mein Spiel ist rausgegangen. Ich bin da. Ich bin da. Ich lass jetzt aber an die Sicherung. Bo, halli with me. Ich hab's PLUS gemacht. Ich hab's ja noch am Anfang gesagt, Der Hans ist es, weil Hans ist Kanz. Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Oh Gott, hier hat jemand ganz rumgefallen. Wow 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 wow. Timo, warst du das? Ich bin bei dir, der Kohl ist hinter mir. Ja, komm, Ausgang hier. Wir haben es doch gehört. Oh, schau, hier geht's runter. Na doch. Schau mal auf, schütz dich. Na oben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, schütz. Wir sind draußen, wir sind draußen. Das fällt aber weiter. Ich glaub's nicht. Es ist noch jemand mit mir gestorben. Ja, ich bin auch gestorben. Ja, ich weiß nicht. Ich hab's gerade so rausgeschafft. Nice. Okay, wenigstens weiter. Wer liegt denn da in der Tür? Ich. Und ich. Ich hab noch angezeigt gekriegt, dass ich denjenigen wiederbeleben kann, weil ich als Infizierter eine Heilungssprinze auf meine Hand, ne? Ich hab überlegt, helf ich denn wieder auf und wieder gegessen. Wir hätten es nur absprechen. Ich hab mich gerade zurück verwandelt und hatte die Giftspritze in der Hand. Hättest du es immer aufgehoben. Äh... Hand! Man, wie wir es gewusst haben, tatsächlich. Echt so? Ich will's jetzt auch mal wieder sein, aber irgendwie... Das war für mich eben vollkommen okay. Ich hatte gerade vom Henne die Giftspritze bekommen. Plötzlich sagst du, wir haben uns alle gegenseitig geholfen. Wir können es nicht sein. Das sind die anderen beiden. Das war für mich das okay, endlich Blut zu trinken. Ich bin einmal im großen Kreis, hab alles leer gefressen. Also okay. Ich hab nix mehr gekriegt, mir hat noch ein Pack gefehlt. Das ist ja... Ich konnte mich erst verwandeln, wo Rage war, wegen dem Ausgang. Und der Pipi hat am Anfang gefräst, und das war ich. Ich hab nur Keishi gegessen, ich war brav. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen, sie sah so lecker aus. Ja, ich vertraue dem Timo, wirklich. Das Problem ist, dass der Timo halt im Moment echt Arschgarde hat. Keiner vertraut ihm, aber er macht nie was. Ich vertraue ihm dann einfach kurzsätzlich aktuell nicht. Und das ist ja dann sagt, du bist unschuldig. Wenn ich ihn identifiziere hab, identifiziere ich Timo, weil ich glaub, dass er unschuldig ist, und dann bin ich mir sicher, und dann bleib ich bei ihm. Mach jetzt auch so. Na gut. Aber ich krieg nie den Identifizkörer. Das ist keine gute Idee, wenn du mich immer bliebst, weil dann weiß ich ja. Hallo. 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 Wie der Atme ist jetzt auch noch da. Das ist jetzt nicht passiert. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben... Oh! Sieben Leute, ein Schiff Blackwake. Volle Besetzung. Und... Nein, wir kriegen ein eigenes Schiff. Wir können nämlich sämtliche Gegner, die uns da am Weg stehen, nach und nach alle rausvoten, weil du brauchst sieben Leute für den Votekick. Surferübernahme. Ich mach eh nur noch so ne halbe Stunde, aber... Die sind schon Slots. Ich mach eh nur noch so ne halbe Stunde. Aber... Ich bin für alle. Das ist viel zu geil. Das ist viel zu geil. Ja, wir spielen einfach ein... Ein... Gegen... Gegen schuldig. Wie ist er unschuldig ey, jetzt war's keinen Spaß mehr. Unschuldig. Unschuldig, also was ich vergessen zu sagen. Ich war jetzt eben schon schuldig und ich bin's nie zweimal hintereinander. Ich war grad... Ich war schon dreimal. Ich war in... Ja, der Coli ist jemand, der ist mehrfach hintereinander. Also never trust the Coli. Never trust the Coli. Hä? Was ist diese fiese Coli? Ja, da ist doch jemand, da ist doch jemand auf der Stromflinte. Hallo? Diese viele kleine Coli-Bakterie. Das riech ich doch direkt. Co... Colona... Nein. Ne, Coli, Coli. Hä? Colona-Virus. Ne, Colona-Virus. Ja, aber wir können noch... Können noch sieben Leute auf ein Schiff und dann gegen Bot... Spielen. Ne, Bot war das Schiff nicht selber, glaub ich, oder? Ach, Scheiße. Ne, das muss auch trotz Bots immer noch balanced sein, glaub ich. Pricing. Der Timo ist es nicht. Der Timo ist es nicht. Weil er einfach kein böses Blut kriegt. Böses Blut kriegt. Hast du grad gekackt? Ja, kurz. Er ist auf der Toilette und ich höre sowas wie ein Reißverschluss. Du hast doch gekackt. Es riecht hier auch schon ganz komisch. Ah, hat er wieder seine geniale Bondage-Hose an, wo der Reißverschluss von hinten das vorne durchgeht. Du hast hier getrunken. Du hast hier getrunken. Wo? Leckerchen. Hä? Ne, ich hab... Warum hat der Hände schon wieder die Schrottplinde? Da hinten aber... Hinten! Coli-Inseln! Nein, ich bin hier vom Gange. Unschuldig. Ich geh einfach... Ich will hier weg! Ich vertraue keinem mehr. Ich hab bisher noch nichts gesehen, wo getrunken wurde. Ich auch nicht. Also ich kann schon mal bestätigen, der Timo ist entweder unschuldig oder aktuell völlig unfähig Blut zu trinken, weil er so verschissenen Stalker haben ab. Aber du hast dich leid. Du verdächtigst mich ja grundlos. Ach, du lässt mich jetzt. Ne, Hennel, ich bleib jetzt bei dir. Ja, aber du verdächtigst mich ja grundlos. Ne, ich vertraue dir. Hier wurde getrunken. Ach plötzlich. Da ist der Coli. Ja. Hier ist nochmal getrunken. Also wenn mir was passiert, die Cash ist bei mir. Ja, der Hennel ist bei mir. Wo ist der Coli? Da vorne. Ja, aber die Cash ist ja bei mir. Der ist auch getrunken. Ne, aber der Hennel. Der Coli hat eine Spur der Verwüstung hinter sich. Ja. Coli hat eine Spur vom Trinken hinter sich. Aber die Überlebenschance, wenn ich bei dir bleibe, ist ein bisschen höher. Da ist er auch. Da ist er auch. Ich fühl mich nicht gut. Ich hab mein Timo verloren. Eben war er noch bei mir. Ach, da ist er. Gott sei Dank. Hi. Hi. Das war Coli nicht. Foto. Synthese. Du erzählst. Du prappelst doch. Was hab ich gesagt für Coli? Du bist auch gnädig. Ja, genau. Ich will den Prüfer von der Level suchen. Hier ist der Prüfer. Hier ist der Prüfer. Ja, bitte. Für mich frei halten. Okay, prüf mal Coli bitte. Ich hab den. Ich hab den. Coli. Okay, prüf mal Coli bitte. Ich hab den. Coli kommst du mal her. Prüf mal lieber den äh. Nein, ich will den Hennel prüfen. Ja? Nein, ich will nicht den Hennel prüfen. Der Coli. Ja, prüf den Ende. Prüf den Ende. Prüf den Ende. Prüf den Ende. Ich bin auch für Timo. Du hältst dich schon mal raus. Du bist überhaupt nicht Teil des Games. Also du bist auch hier. Ich bin da für Coli prüfen. Ich bin da für Coli zu prüfen. Weil Coli ist eben vor uns gerade die ganze Zeit die Dudepacks weg. Ja, aber ich bin doch schon. Nein, das ist ja Maddin. Ich bin's nicht. Maddin kann's nicht will sein. Es muss Coli sein. Ich bin die ganze Zeit mit Timo gelaufen. Es müssen aber zwei Leute sein, ne? Ja, aber Coli kann's schon mal sein. Aber Coli ist auch jetzt wieder nicht da. Ja, aber dann müssen wir doch Coli doch schon. Dann lass uns doch lieber jemand anderen prüfen. Ja, prüf ihn doch. Mir ist egal, aber ich glaube, dass Coli jetzt noch Prüfung haben soll. Ja, Coli, hallo. Ich verstehe aber. Prüf vielleicht mal den... Coli, wo bist du? Ja, prüf mich doch. Ich hab mich verlaufen. Ich komme. Coli, du bist halt gerade innerhalb deines dualen Studiums. Du musst damit leben, dass du permanent Prüfung am Hals hast. Ah, jetzt kann ich mich mehr prüfen oder was? Doch, da ist doch Coli. Da, da ist er doch. Da, prüf ihn. Hier, da, da, hier läuft er doch. Hier bleibt er doch. Bleib stehen. Man sieht ihn im Dunkeln nicht erst schwarz. Also, Coli ist übrigens nicht infiziert. Coli ist inf... Leute, ich hab's geprüft. Habe ich ne Pumpgun dabei. Ich hab's... Sie sagt, ich hab's geprüft. Ich verwandelt's nur unseren Augen. Deswegen hab ich... Deswegen hab ich diesen Raum komplett mit Fallen abgeriegelt. Deswegen hab ich doch gesagt... Aber er ist erst reingekommen und hat sich dann verwandelt. Dieser lustige Lurch. Er ist Pipin. Ja, das ist Pipin. Wow, alter. Ellij! Das war nicht Pipin. Das war Kochli. Also, ist Timo doch... Ja, ja, ja. Das ist doch nicht Pippin, das ist doch nicht Pippin, das ist doch nicht Pippin, das ist doch nicht der Rede, das war Kohli. Timo ist es auf jeden Fall nicht, weil man kann als Infizierte einfach keine Infizierten umbeißen. Das wäre schon. Okay, Kohli habe ich da unterliegt. Ja, ich habe abgesch... Dann können wir abdurchschausboten. Wo gehen wir raus? Ach, stimmt. Beim Ausgang! Ja, aber ich sehe ihn doch schon wieder nicht. Noch mal, dass alle gehört haben, das war nicht Pippin. Weil ich nur sage, er gerade um die Ecke war in dem Moment. Dann haben wir ein Problem, dann ist es Kechi oder Henne. Nein, ich bin es nicht. Nein, das ist doch nur in dem Moment nicht Pippin. Ja, oder du? Ach so, ja, okay. Ach, nur in dem Moment. Also ich habe Kohli jetzt zweimal abgeknallt. Was soll ich denn noch machen? Ich habe Kohli gesehen, wie er sich von Monster dann wieder auch zurückverwandelt hat. In dem Moment, wo du sagst, es ist Pippin. Also es könnte wieder... Dann bleibt ihr beiden mal bei mir. Es könnte wieder Kohli gewesen sein eben auch einfach. Also ich glaube, es ist der Maddin. Ich finde es nicht, nein. Komische Argumentation habt ihr da immer. Superhammer, Mega, Riesen, Doppelschwör. Oh, okay. Nein, aber wenn der Timo sagt, der Pippin ist es nicht, dann musst du es ja sein. Nein, nein, er hat Pippin beschuldigt und hat dann festgestellt, oh nein, es war eine falsche Beschuldigung, deswegen hat er es zurückgenommen. Er hat nicht gesagt, Pippin ist unschuldig. Er hat nur gesagt, er war es in dem Moment nicht, wo er es anfangs dachte. Er ist ein Unterschied. Achso, doch Kohli lebt noch, oder? Jaja, den haben wir nicht rausgekriegt, weil wir ihn nur nachts umgenietet haben. Und jetzt wissen wir... Und jetzt ist wieder Nacht. Und er hat sich verwandelt. Da ist er. Ja, dann wisst ihr wirklich, bis es ist ich nicht. Es ist doch Pippin. Achso. Hat jemand ein Gegenmittel? Leider nein, ich habe mein letztes am Timo verbraten. Ach, scheiß, ist leer. Sechs, fünf, fünf, vier, drei, oh Mann. Das ist Lightcash. Gib mir mehr von dem, was du liebenest. Ich habe die letzte Sicherung. Ich habe die letzte Sicherung eingesetzt. Nein, das Spiel ist rausgetappt. Oh, ich wollte ihm gerade die Spritze geben. Ich bin weg. Ich bin weg. So. Achtung, sie kommen. Ah, fuck. Ich habe ihn geblitzt, aber er hat mich noch erwischt. Ah, fuck. Achtung, der andere kommt, Timo. Ich bin schon weg. Ich auch. Ich habe nichts im Hallen mehr. Ja, kein Thema. Die Schweine, ey. Habt ihr aber gut gespielt, das war. Ja. Hm. Hinterfrontenlige Leute. Die Kohli ist jetzt viermal in der anderen gebieten. Ich glaube, Kohli hat nicht mein Block. Ja. Nicht ganz hintereinander. Einmal war ich ja... Er hatte nur eine Pause zwischendurch, ja. Ja. Ja, ich... Ich habe es relativ clever gespielt, zum Prinzip. War gut, ja. War sehr undurchsichtig. Chat nur. Chat nur. Chat nur. Das ist nicht... Dann könnt ihr ja zu sechs was spielen. Ihr könnt ja auch sowas wie Rainbow Six oder so spielen. Ja, für sechs können wir eine Depth-Runde kriegen, aber ist ja der Entrieb im Kodi. Heißt zwar Rainbow Six, aber man kann es nur zu fünf spielen. Das klingt komisch, ist aber so. Echt? Ich hasse diesen Klug-Scheißer. Vertrable. Aber recht hat er. Wo ist denn der Dean? Da ist er in der Diagonier. Er kriegt wieder einen Punkt, weil er war wieder gut. Timo, das ist ein großer Vorteil. Du bist zwar nie infiziert, aber du kriegst dafür wesentlich häufiger Herzen von mir. So, wenn jetzt alle abhauen, gehe ich aber nochmal gediegen in die Loot-Bude. Das kannst du aber wissen, Alter. Alter. Aber wenn Kat jetzt raus ist, sind wir dieselbe Konstante und können einfach weiterspielen. Richtig. Ach, wer hat man das Spiel? Ich hab das. Natürlich. Komm rein. Okay. Spielt man das nochmal? Könnten aber auch was anderes machen. Wir könnten auch was anderes machen. Wir können auch Depp spielen. Der Depp hat der Koli nicht mehr installiert. Das ist ein anderes Spiel. Der Depp hat noch Depp installiert. Na dann spielt doch irgendwas, was ich sonst nicht mitspiele. Depp ist doch schnell installiert, oder? Außer wird es sehr schnell installiert. Nee, Depp ist ganz schön groß. Echt? Nein. Depp? Depp, start. E. Ciao in Sie. Na. Ich hab's geweckt. Ja. Okay. Tode und so. Dann bin ich raus, ganz einfach. Ja, da bleiben wir bei dem Spiel einfach. Ja, toll. Schön, dass du so kreativ bist. Was schätzt du so an ihrem Freitagabend? Die Abwechslung. Aber wenn Kohli Aoi nie spielt, kann er darin auch nicht besser werden. Ist doch irgendwie doof, oder? Ja, wenn er das aber nicht will, rechnet sich das raus. Es gibt Spiele, mit denen hat man es halt eben nicht so. Ich habe für mich festgestellt, dass ich... Haben wir alle Shotgun-Fahrers? Ja. Drei gegen drei Shotgun-Fahrers ist auch mal nice. In einer großen Gruppe, wo nicht Timo und Henne alleine im Superteam klüngeln können, sondern diesmal mit Kohli zusammen trotzdem genauso auf den Sack gehen, aber... Ich setze da mal ein Zeichen. Oh. Hände, trage ein Zeichensetzer 2020 Q1.